so freunde das ist so dass ein von zwei teilstücken die ich schon fertig gebaut habe ja den gleisplan für diese zwei stücken habe ich aus der miba das ist wie gesagt erst mal der rohbau ich habe alles versucht ein bisschen zu altern ich mag keine glänzenden plasterfarben naja wie ausgestaltet ist ja eigentlich noch nichts bis zwei drei figürchen die ich aufgeklebt habe hier vorne ist bildet was ramponiert ja gucken wir noch mal über die lange seite eine elektrifizierung schwebte mir eigentlich auch noch vor die teile dafür sind noch von der alten anlage da von ich würde sagen das war fiesmann gewesen ja fiesmann das ist wirklich ein schönes system schwenkt man auch mal über den bahnhof der ist wirklich schön gelungen in meinen augen relativ ordentlich zusammengebaut wie sieht es gehört alles ist ein bisschen ramponiert das hat mal an seiner kleinen ausstellung teilgenommen ja und dann vielleicht nochmal von hier steht jetzt hier gerade im büro und muss zeitnah noch ein bisschen aufgehübscht werden so was jetzt als erstes machen will der erste anstrich ist drauf soll noch der zweite anstrich kommen was man hier hinten vielleicht sieht das sind die das sind so lüster klemm zum zusammenstecken das fand ich damals ganz praktisch ja da lassen wir es erst mal dabei das scharf stellen funktioniert irgendwie nicht mehr so richtig naja gut erst mal alles gezeigt ist natürlich alles beleuchtet mit verschiedenen kleinen leuchtdioden straßenlatern funktionieren alle also ich baue nichts ein was nicht leuchtet also eine straßenlater die nicht leuchtet ist für mich irgendwie sinnfrei so klein wie die hier unten inzwischen sind ja und wie gesagt die gleise liegen auf holz brettchen die weichen auch diesen bausätze natürlich würde ich sagen das ist ja schon sehr viele jahre her 15 jahre mindestens alles schön eingeschottert die grenzzeichen sind auch da sieht man da drüben ja rot weiß zwischen den weichen die sind ganz billig hergestellt selbst behalt ja und das soll jetzt weitergehen hintergrund muss ran naja was alles dazugehört die habe ich auch bemalt den rost nachgebildet schön eingeschottert naja es ist alles noch nicht ganz fertig gut tschüss erstmal